Guten Morgen, Corona-Test Eilmeldung. Nachdem jetzt Maskenpflicht auch daheim und überall besteht und sogar im Bett mit der Frau, haben wir, also wir sind der Kasper und ich, einen Familien-Corona-Familien-C-Schnelltest entwickelt. Den gibt es in der Familienpackung bei Lidl und Aldi und ich sage Ihnen kurz, wie der funktioniert. Also das ist die Konfektion. Draufdrucken, kurz anwarten, bis der Test rauskommt. Ich habe es gesehen. Ausziehen, vorsichtig auseinanderrollen, an die Enden nehmen, allem ganz vorsichtig. Zuerst natürlich die Hände desinfizieren. Es gibt zwei Möglichkeiten, also einen Negativ- und einen Positiv-Test. Also der erste Test heißt Hatschi. Dann muss man ungefähr eine Minute warten und schauen, ob sich das irgendwie grün, gelb oder rot verfärbt. Dann muss man den Gegentest machen. Also bitte wenden, vorsichtig wenden und gleich an die Seiten heben. Und da tut man nachher Kotschi. Und dann muss man ein bisschen länger warten. Und wenn man nachher die beiden Seiten vergleicht, also links und rechts, jetzt haben wir noch Zeit, zwei Minuten zu warten, weil wir sind jetzt auf Verkaufstur unterwegs, der Kasper und ich, um das an den Mund zu bringen. Auf jeden Fall die Seite Hatschi und Kotschi vergleichen. Sollten sich geringfügige Überschneidungen vom Farbklima ergeben, bitte den nächsten Hausarzt oder Apotheker über eventuelle Wirkungen und Nebenwirkungen konsultieren. Und sonst bitte die grüne Nummer anrufen und sagen, ich habe es in C-Schnelltest durchgeführt. Also, solltet ihr noch weitere Fragen haben, einfach bitte melden. Solltet ihr jetzt größere Packungen und größere Mengen brauchen, bitte einfach melden. Also, die erste Seite, die man ausserzieht, Hatschi, die zweite Seite, die man ausserzieht, Kotschi. Bleibt wachsam und macht's gut.